Ich fahre erstmal genau hin. Aber alles, was visuell bleibt, was mir verborgen bleibt, wo ich keinen Zugang habe, also mit den anderen Sinnen, durchs Hören, durch den Geruch oder durch den Tastsinn, das ist für mich die visuelle Welt, das Abstrakte, das, was irgendwie immer magisch und immer weit weg ist und wo ich mich auch oft frage, ja, wie ist denn das? Manchmal habe ich mich auch gefragt, schon so als Kind, boah, wie wäre das auf einmal, wenn ich jetzt plötzlich so bang sehen könnte, was wäre denn dann eigentlich, was wäre denn das für ein Gefühl in mir, was würde ich denn, wie ist denn sehen? Also nicht nur, was sehe ich, sondern wie fühlt sich sehen an?